Hallo zu folgendem Rätsel. Beim Zoll sind drei Stapel Goldbrachen aufgetaucht, von denen einer komplett gefälscht ist. Das Gewicht ist pro Brachen statt 100 Gramm nur 90 Gramm. Wie kann man mit einer kalibrierten Digitalwaage mit nur einer Wiegung feststellen, welcher Stapel gefälscht ist? Diese Aufgabe habe ich von einem meiner Zuschauer geschickt bekommen. Wenn du es alleine probieren, dann klicke ich kurz auf Pause. Ich löse in 3, 2, 1 und los geht's. Vergiss nicht, dein Abo dazulassen und jetzt gibt es die Auflösung. Wir nehmen vom ersten Stapel einen Barren her, vom zweiten zwei. Jetzt gibt es auf der Barge drei Möglichkeiten. Entweder wird 300 Gramm angezeigt, 290 oder 280. Schauen wir uns den ersten Fall an mit 300 Gramm. Dann muss jeder Barren 100 Gramm wiegen. Das heißt, die von 1 sind richtig, die von 2 sind auch richtig. Damit ist Stapel Nummer 3 der falsche. Bei 290 Gramm muss der von 1 nur 90 Gramm wiegen. Die von 2 jeweils 100 Gramm. Das heißt, der von 1 ist verkehrt mit 90 Gramm. Dann wäre Stapel 1 der falsche. Bei 280 Gramm hat der von Stapel 1 seine 100 Gramm. Die von Stapel 2 haben 90 Gramm. Damit sind die die falschen und damit wäre Stapel 2 der falsche. Schreibt mal in den Kommentaren, wie lange ihr für die Lösung gebraucht habt und wie schwierig ihr diese Aufgabe fandet. Bis zum nächsten Mal. Teile niemals durch Null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.